Pazuru sind für mich ganz viele kleine Erfolgsgeschichten. Eine möchte ich euch erzählen. Vor vier Jahren kam ein kleines blondes Mädchen zu uns bei einem Familieninfotag mit ihrem Papa. Papa sehr skeptisch, viele Fragen gestellt, haben sich dann aber am Ende angemeldet. In den vier Jahren hat die Zoe ganz viele Trainingseinheiten bei uns gemacht, harte Trainingseinheiten gemacht, Wettkampftraining gemacht, so dass wir jetzt am Ende tatsächlich sie zweimal auf dem Turnier gekämpft hat und letztes Jahr sogar noch eine Show vor tausend Menschen durchgeführt hat. Das war eine Riesenentwicklung und wir haben jetzt sogar noch, dass beide Eltern bei uns trainieren, der Papa sogar jetzt bei uns Training gibt. Das Schöne dabei für mich ist wirklich, dass wir das Leben vielleicht ein bisschen unserer Mitglieder verändern. Nur ein kleines bisschen Anteil an einer positiven Veränderung daran haben. Das ist das, was mich wirklich, wirklich freut und antreibt.